so ein wunderschöner herzlich willkommen zurück zu einem neuen projekt und zwar zu einem ganzen neuen projekt für die sich vielleicht schon gewundert haben ja es kommt keine my test folge für diese woche vielleicht auch nicht für die nächste woche vielleicht auch nicht für den ganzen nächsten monat sondern wenn es ein neues projekt starten und zwar oder eine neue projektreihe und zwar will ich aus verschiedenen gründen in die visual novel sparte oder besser gesagt wenn i adventure sparte aber die meisten kennen uns der visual novel von daher bleiben wir auch mal so wir werden ja mehrere sachen machen was so um visual novel geht einmal werden wir in dieser serie die jetzt kommt quasi mal gucken wie man selber wird erstellt dann werde ich auch noch in separaten videos visual novels spielen und vielleicht wenn ich irgendwann mal viel viel lange weile habe werden wir auch mal so eine ganz einfache simple visual novel engine erstellen vielleicht in c vielleicht in pure basic aber das ist noch in den stern erstmal wie gesagt möchte ich quasi ins game development einsteigen ein bisschen und zwar relativ simpel mit visual novels und für die nicht wissen was visual novels sind visual novels sind spiele die aussehen wie das man hat text man hat screen man klickt sich durch die textphasen und das war's etwas schöneres beispiel ist das hier und ein beispiel das wahrscheinlich jeder kennt ist doki doki little club das spiel sollte jeder kennen davon gehe ich einfach mal eigentlich einfach mal aus das sind wie gesagt visual novels eigentlich erne adventure was der unterschied da ist ist eigentlich relativ sinnfreier zu wissen das schöne ist bei diesem spiel man kann ich relativ selber sind selber stellen und zwar gibt es quasi eine spiele engine alles gibt mehrere aber die auf die wir uns jetzt konzentrieren werden ist eine die heißt vampire anlehnung an den originalen namen wenn ich nur halb ist passiert ist egal also auch peiten ist egal auf jeden fall diese engine zu finden und da wenn bei dort ist open source mit dieser engine können wir quasi so eine spiele erstellen wie man diese engine installiert ist relativ simpel man geht wieder einfach direkt auf die homepage er hat ein bisschen blablabla hier sieht man schon unter was das alles läuft das ist also extrem plattform übergreifend windows linux mac und ios gut die beiden irgendwie ein bisschen zusammen komplett supportet aber auch mobile phones wohin wozu ja auch ios gehört und aber auch man kann die spiele auch direkt im browser öffnen was natürlich gerade in heutigen zeit ein wichtiges thema ist darauf aber später mehr ein ich möchte euch erstmal zeigen wie das ungefähr aussieht ich habe nämlich selber mal ein bisschen rumgespielt und ein eigenes kleines test spiel erstellt weil ich mal gucken wollte einfach mal gucken wollte wieso meine fähigkeiten sind und das spiel heißt mal try to live 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 und ja so könnte es ungefähr aussehen hi wie heißt du roddy wie ist dein familienname und dann hat man quasi einfach story am anfang bisschen geschwaffeln august 2020 la 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 was ich glaube ein bisschen erstellt habe ein bisschen einleitung und dann kommt zur haupt story da hat man ein bisschen auswahl es gibt mehrere arten wie man wirklich erstellen kann auch darauf werde ich eingehen und dann ja hat man hier quasi spiel spaß und freude so was wenn wir auch erstellt tatsächlich in dieser serie und wir sagen wir werden auch leiten light novels in deutsch auch spielen da habe ich mir rausgesucht keine ahnung wie sie sind ich habe einfach ein paar gesucht die unter unter und da und da ja doch also hier kann wahrscheinlich jeder das ding hier itch.io und da gibt es halt auch diverse spiele also als visual novels da habe ich mir ein paar rausgesucht die so in die kategorie deutsch passen ja so wie sagt zuallererst wenn man hier mit loslegen möchte mit visual novels erstellen dann wie sagt einfach seite besuchen und auf downloads gehen und dann hat man hier mehrere auswahlmöglichkeiten normalerweise das was man selber braucht ins grün hinterlegt das heißt ich persönlich habe linux das heißt mir wird die linux variante empfohlen für die die mac haben da ist das hier grün die brauchen auch das und die die windows haben da ist das hier grün und die brauchen auch das also immer das nehmen was grün ist ich werde es erstmal für windows erklären weil die meisten wahrscheinlich windows nutzen und wird dann auf die linux variante eingehen und wir werden natürlich auch mit der linux variante arbeiten klar das heißt für alle die die windows haben die klicken einfach hier rauf dann wird ein download gestartet am ende hat man denn im download ordner eine solche datei äh vampire blablabla stk.7zip.exe sehr verwirrender name beziehungsweise unter windows wird ja die erweiterung meistens nicht mit angezeigt da sieht ja die datei ungefähr so hier aus also .7zip ähm ist aber auch egal auf jeden Fall hat man dann eine neue datei die öffnet man einfach ne einfach starten und sagt dann auf extrahieren und schon hat man quasi ne ist also ein sogenanntes selbst extrahierendes archiv äh ja und dann hat man entsprechenden ordner und in diesem ordner braucht man bloß diese datei öffnen also dieses programm starten unter linux geht das ganze noch viel einfacher ähm da kann man es natürlich auch klassisch downloaden wie gesagt aber ähm es gibt eine elegantere möglichkeit möchte ich sagen und zwar ist vampire so open source und so bekannt und so gut möchte ich jetzt einfach mal sagen äh das ist sogar bei den meisten repositories direkt mit drin ist also ich kann jetzt nur für debian sprechen aber bei debian 2 ist es mit drin das heißt man kann einfach so ja install und dann vielleicht ein bisschen größer machen hier ähm so 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 einfach vampire das war's enter drücken und ähm ich bin so ein jenny danke so sudo apt install vampire und dann hat man alles was man braucht so wir brauchen natürlich nicht ich habe natürlich schon installiert ähm ähm äh 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 dankeschön oh mein gott oh mein gott so ähm genau das ist wie gesagt das was wir ähm ne unter linux kann man das ganz einfach installieren man kann sich auch diese datei downloaden und die entpacken dann hat man eine ähnliche struktur wie diese und kann dann quasi einfach terminal öffnen und sagen weiß nicht bash oder man kann sich direkt ausführen slash und dann sieht man hier wenn bei punkt sh ne kann man auch machen aber ich würde natürlich immer empfehlen direkt über die repository ist das zu machen also bei dem erhalt unter app und da ubuntu paket manager da mal wenn bei eingeben ich weiß nicht ob es verfügbar ist wenn ja darüber installieren easy ähm und dann hat man quasi event bei an sich schon installiert weiterführend würde ich für linux auch noch empfehlen ähm es ist auch schon mit drin ne wenn man es hier hat gibt es hier ein paket heißt the question und tutorial ähm unter debian kann man das separat installieren mittels demo und das ist dann quasi ein demo spiel wo quasi ähm ja wo so die vampire engine erklärt wird mit der vampire engine also ist quasi ein spielliches beibring der engine ähm das werden wir auch nutzen vielleicht mal gucken zumindest wenn wir ab und zu mal reinschauen ähm genau damit haben wir quasi die engine installiert und die engine aussehen tut dann zum beispiel äh wenn wir einfach mal vampire starten dauert ein bisschen weil wie gesagt das ganze ding ist in python programmiert ähm für die die nicht wissen was python ist ist eine programmiersprache für die die nicht wissen was eine programmiersprache ist es ist technisch gesehen scheiß egal es braucht halt ein bisschen so da ist es äh so ist es standardmäßig aus ähm und wie gesagt standardmäßig hat man hier zwei dinge einmal the question einmal tutorial ähm und ja da kann man eigentlich an der stelle auch schon direkt loslegen hier ein bisschen rumzutesten man kann wie gesagt einfach auf the question klicken und der dbmw sagt vampire-demo noch installieren das ist nämlich genau das ding hier bislang weiß ich nicht das gleiche ist das hier oben ähm the question ist sowieso schon verinstalliert so und dann einfach auf projekt starten und schon hat man quasi sein erstes kleines projekt bitte haben sie etwas geduld es kommt gleich tadaaa so da hat man hier wie gesagt das gleiches beispiel spiel hier hat man schon ein bisschen ne wie gesagt wie ein visual novel an sich funktioniert muss ich hoffentlich nicht erklären ich werde ein bisschen auf die grundzüge noch eingehen wenn wir dann unsere unser spiel erstellen die engine an sich ähm aber jetzt geht es erstmal nur darum wie man die ganze installiert und ja da kann man sich einfach mal durchklicken hier lalalala und fertig ist die schuldung dann jetzt habe ich gerade weggeklickt ich hoffe es war nichts wichtiges keine ahnung ähm lalalala ja whatever gut ending sehr schön ähm genau so das war erstmal das wie man die engine an sich installiert wenn man wie gesagt unter windows die anwendung startet kommt genau das gleiche fenster das heißt man kann ab hier quasi weiter loslegen ähm ich werde das ganze gedüngst erstmal hier wieder löschen das brauche ich nicht ähm so und wenn man denn bei dem punkt ist dann geht es quasi eigentlich dann los mit dem eigentlichen spiel erstellen und ich würde mal sagen das mache ich dann auch direkt mal als nächste folge damit wir hier erstmal so einen abschluss haben ähm das ist wie gesagt alles das was man braucht um das ganze an sich zu installieren und das rest schaue wir uns wie gesagt dann nächste folge an ja so bis dann roof bis dann hier